Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute da werden wir zu einem, ja, Restaurantchef, eine App von Magma Mobile, das ist Burger, The Tasty Burger Game und hier werden wir Chef einer, ja, eines Fastfood Restaurants und wir können eigene Burger machen, hoffe ich zumindestens. Wir spielen mal den Karrieremodus, es hat nur Jan geeignet und wir haben Montag, Training, okay, wir brauchen ein bisschen Geld, okay, wir müssen anscheinend einen Burger kreieren, Training, alles klar, okay, wir brauchen, ah, okay, wir brauchen das, wir brauchen das und wir brauchen ein Brotchen wieder, alles klar, Training ging relativ schnell, geht auch relativ gut, einfach nur draufklicken, so, 13 Punkte, wir brauchen Fleisch, Salat und wieder das Brötchen, wir brauchen Fleisch, Salat, Ne, wir brauchen Brötchen, Salat, Fleisch, Ketchup und das Brötchen, wir brauchen das Brötchen, wir brauchen Ketchup, wir brauchen Fleisch, Salat und Brötchen, wir sind gut dabei, wir sind gut dabei, wenn ich noch weniger erzählen würde, wäre ich noch schneller, oh, was ist das denn für ein cooler Burger? so 70 Punkte ist, glaube ich, das Ziel beim Training so, fertig viel Geld gesammelt, gute Arbeit, sehr gut so, Tag 1, 100 wollen wir erreichen okay, und die Zeit läuft gegen uns, Leute, wir müssen Burger kriegen, ganz schnell und da kommt später natürlich noch viel mehr dazu so, die Zeit ist gegen uns so, immer in der richtigen Reihenfolge einfach ein Ketchup Burger ja, war nicht schlecht das ist mal ein bisschen was anderes ich dachte, man könnte dieselbe aussuchen die Burger Kreation, aber das ist auch in Ordnung also das gefällt mir auch sehr, so welche Schwede gegen die Zeit und wenn es nur Burger ist, noch besser so so 15 Sekunden wir sind schon über dem Ziel hinaus wir haben schon mehr Punkte, als wir eigentlich bräuchten so ein Ketchup Burger kriegen wir auch noch hin so, und das war's glaube ich Ladenschluss, nach einer Minute ja, auch gut und wie viel haben wir diesmal gesammelt der Bonus von 69 173 Millionen anscheinend oder 173 Magma Münzen neues Element hinzugefügt wir haben jetzt Pommes sehr gut, Tag 2 so, auch Pommes wird jetzt gebraucht wir müssen wieder einen Burger kreieren so, Ketchup tak tak oh ein Veggie Burger wir brauchen oh, jetzt kommt Pommes dazu, sehe ich gerade und wir brauchen Pommes noch sehr gut wir brauchen nur Pommes das ist kein Problem ich mag Pommes sehr und ihr Leute was ist denn eure liebste Beilage bei so Burger Menüs meine ist Pommes meine ist ganz klassisch Pommes mit Mayo aber wir brauchen noch Pommes, sorry ja, haben wir die sieht man manchmal nicht so direkt da sieht man schon direkt aber fällt einem nicht sofort auf so, nein der war relativ einfach so, wir haben ja Pommes schau dir den Salat Burger das krieg ich auch noch hin yes sehr gut Laden Schluss wir haben 183 Münzen gesammelt sehr sehr gut wirklich sehr sehr cool 183 gesammelt der Karriere Modus Tag 3 versuchen wir gerne auch wir brauchen Brötchen Ketchup Fleisch Salat und das Brötchen und Pommes da kriegen wir alles hin nur Pommes wieder ein Salat Burger und Pommes und ihr seht die Kästchen die Preisen da kommt natürlich noch was Neues mit jedem Level was man vielleicht steigt aber wir sind relativ gut dabei wir sind relativ schnell Leute das war falsch das war falsch da müssen wir auch noch von vorne starten 20 Sekunden noch diese kommen aber immer über die 100 Punkte das ist doch super ok so ja ein bisschen Fehler gemacht aber 166 Punkte Leute gefällt uns wirklich sehr dieses Spiel so ein Reaktionsspiel aber im Burgerladen halt wir setzen das Spiel fort Tag 4 haben wir was Neues freigeschaltet nein bisher nicht ein klassischer Burger fehlt nur noch Ketchup drauf nur Pommes fangen wir hin Ketchup und Salat super lecker wahrscheinlich so das geht relativ flott gerade wir sind gut dabei Leute mhm was brauchen wir mit Ketchup Salat und das Brötchen so du 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 so sehr gut kriegen wir super hin Leute gute Zeit da geht da geht oh wir brauchen wir noch sorry Ketchup ich wollte doch noch Ketchup haben Mann ok aber wir haben wieder mehr als genügend gesammelt ah ihr könnt Cupcakes und so später auch noch machen können wir hier links sehen das habe ich noch gar nicht gesehen Tag 5 so das soll aber für heute erstmal reichen Leute ich hoffe ihr hattet Spaß und hier brauchen wir zum Beispiel Pommes sehr sehr gut Leute wir sehen uns beim nächsten Mal sollen wir das weiter spielen oder nicht schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal was für Burgerspiele kennt ihr noch schreibt es in die Kommentare oder auch so Essensspiele die machen uns besonders viel Spaß das hier ist Abnullian von MagmaMobile ein Burger Game wir sehen uns beim nächsten Mal Leute Tschaui